Guck mal hier rein und nimm die Feuerdrohne. Oh, der ist gesperrt. Okay. Waffenreichweite, wenn du Schaden hast, bekommst du plus 10. Mit 10 Sekunden. Boah, da muss ich aber, ne. Betes verschossene 100. Projektilfeuer, 8 Großkalibergeschosse in alle Richtungen. Das ist gar kein Sinn, ich weiß nicht was das ist. Das macht keinen Sinn. 10 Rüstung, plus 50 Leben. Minus Waffen, ich weiß nicht, ist sie überhaupt was? Oder sie dann nur direkt vor mir. Boah, ich muss definitiv in Nachladen investieren. Au, wow. Da war irgendwo was. Hab ich nicht gesehen. Gern. Gut, nehmen wir auf den Schaden mit. Gar kein Stress. Boah, die Nachhinein ist gefühlt nicht vorhanden. Gern. 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 Ich mach zu drehen. eine chance litra zu sammeln oder zucker die werden schaden Au. Eilig, lau ich ja einfach nochmal nein. 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 So, gut, meine Quick Chunks sind. Aha. Hier, noch ein bisschen Nitro. Eingepackt. Vollt. Nehme ich. Oh. Natürlich, Vatermann. Plattermann, Plattermann. Er macht das, was ein Paket macht. Okay. Nachladen. Oh. Wie ist das? Ah, ne. Nachladen minus Laufzeit. Nachladen ist gut. Wow. Kann ich das Ding mal mitnehmen oder ist es nicht zu spät? Komm, bau schnell ab. So, hör mal. Oh. Gern plus 50 drin. Eeeh. Eeeh. So. Uh. Schade. Mal gucken, was der Drops sagt. Uh. Nicht so gut. Ich nochmal gambeln für 5. Sieben. Let's shake it up. Oh. Scheiß dabei. Könnten wir das mal und das machen. Und dann. Es geht schon gar nicht mehr. Oh. Kranzspur ist auch nicht schlecht. Aber drei Drohnen. Das auch nochmal. Und hier nochmal. Ich nehme mich mit. Movement. Und. Tja. Mehr haben wir nicht. So. Da ist auch wieder der Schnecko. Bleib hier. Weiß, dass du es willst. We got it. Huzzah. Oh. Oh. Warte mal. Wie ist unser Nachlader? 1,25. Die Aufnahme. Ich habe mir glaube ich mehr. Okay. Die explodieren. Gut, dass ich das jetzt auch mal erfahren habe. Zack. Wusch. Und weg hier. Ah ja. Das Bauzeug muss wir sammeln. Wusch. Wo wir er denn hin. Wo wir er denn hin. Wann, er, eine Ehrenrunde. was passiert hier auch so mann mieten jetzt das gefällt mir hier alles gerade gar nicht erhalte 20 prozent rabats die ep mitnehmen wird zu viel explodiert gar nicht gesammelt ausbrennen 35% Schaden hätt ich gern. Schaden? Hm. Jetzt. Jutta? Aua. Ups. Der hat aber gar keine Chance, der ist schon tot. Ohohohohoho. Okay. Also das muss die Runter. Electricity. Ich habe irgendwie noch eine Drohne. Du mich verkacken. Klar, Magnet. Nur ein Level? Boah, jetzt war ich kurz erschraubt, ich dachte ich komm nicht mal rein. Oh, hier gibt es auch noch eine Grütze. Ah, das kann ich mir nicht leisten. Potenz ist wichtig. Das sind die Aufnahme. Tapos und Flank. Okay, der ist hier oben, oder? Ja. Okay, das brauchen wir nicht. Wir brauchen dann Gold zum Geld. Okay, die starten einfach, einfach manchmal einfach durch und drehen komplett durch. Und auf dem Armour. Wo ist einer? Alle drauf! Wo ist, alle drauf! Oh, ich muss ja instant nachladen hier gerade. Ich muss die Dinger hier noch mitnehmen. Okay. Dann hat er wieder einen wilder durch hier. Und raussammelt. Und kaputt, Nick. Ich will den Schwarm kriegen hier unten. Macht er Tacke, macht Bananen, macht sie kaputt. Oh, den letzten hab ich hier nicht. Na gut, dann halt. Ein damit. Ah, hier haben wir noch eine Murmel. Oder drei, besser gesagt. Schön brav um mich herumspirren. Keine Wange. Nicht so aus. Können wir doch dabei bestehen. Ja, wenn ihm das Gold meldet. Vielleicht haben wir ja meine Toten. Spaß. Den Boss. Oh, da kommt ein Schwarm. Gehen die nicht. Los, Attacke. Bojo. Legendary! Legendary? Es ist mein glücklicher Tag. Aber echt, ey. Können eigentlich... Was ist denn hier nicht in Ordnung? Na freilich. Schaden? Au. Ich hasse diese Dinger. Ja, das schafft sie bis zu mir. Dum 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 dum. Ö, was ist das? Oh, Alter. Ich hab da was raus. Das ist gar nicht euer fast pro Schlauven. This one! schaden für jedes nitra ich muss nitra sammeln ich gehe nitra sammeln irgendwann irgendwo quellen die mummel mitnehmen was ino pro ok er ist ein ino pro woher hier so darf ich also ein kleines bisschen mehr glück und die legendarys drehen einfach nur frei und was macht das eigentlich so mehr schaden ich fühle mich auch noch schnell jetzt merke ich langsam mein freund zwillinge sind da da ist er instant gestorben es ist geworfen ok das hat richtig spaß dienstmagnet neues artefakt freigeschalten kann nur während einer expedition gefunden schwere schütze freigeschalten ach so schützen weil sie sind jetzt hier nicht in ordnung doch doch Spannende Zutaten